Hi, schön, dass ihr wieder auf meinem Channel einstaltet. Heute zeige ich euch mein nächstes Kochenvideo und zwar Abituelas. Das sind gekochte Bohne auf dominikanische Art und Weise. Die kann man zum gekochten Hühnchen dazu essen oder auch in die Bohnen kann man Salami reinschneiden, Wurst reinschneiden. Heute mache ich es zum Pollo Bisato, das heißt gekochtes Hühnchen, aber das würde ich euch in einem extra Video zeigen, wie das gekocht wird und wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Bohnen. Bis dann! 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 Musik 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 Musik